hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen folge all the mods 3 und ihr fragt euch wahrscheinlich was ist hier los und ja wir sind im weltraum wir haben hier so eine kleine space station im stream hingebaut und hier ist ein teleporter und wir hatten im stream das problem dass wir die chance nicht laden konnten ich habe das problem gefunden es war eigentlich gar nicht so dramatisch es war nur durch wir haben das modpack geupdatet das ist vielleicht wichtig dazu zu wissen und das modpack geupdatet und ich habe die op chasen nicht mit übernommen und dementsprechend war ich kein server operator mehr und dementsprechend konnte ich keine 2000 chance claimen und 1000 laden weil ich das nur für operator eingestellt habe aber jetzt funktioniert und damit können wir jetzt jederzeit zu dieser spacebar und wir können auch zum mond nee das ist falsch wait das hier spacebar ich muss natürlich den hier nehmen okay das funktioniert wir können jetzt auch zum mond denn auf dem waren wir auch schon ich weiß gar nicht steht da die rakete noch ich glaube die steht hier gerade nicht mehr aber wir haben jetzt auf jeden fall einen punkt auf dem mond wir haben hier auch ein bisschen gemeint nach die litium weil wir keine die zum gefunden haben weil es eben in der modpack version die schon seit ewigkeiten online ist scheinbar nicht geht ich weiß nicht haben die leute das nie so weit gespielt maybe ich weiß es nicht ist ja auch egal auf jeden fall hat hier kein die litium generiert und das war das problem aber ist hier nicht die doch das ist ich habe hier irgendwo war die rakete hier drüben ja joe sein namen in asphalt geschrieben oder in den moon turf naja wir werden das schon noch anpassen genau und jetzt kommen wir wieder zurück auf in die erde ach nee wenn wir die rakete benutzt um die space station hoch zu schießen und dann verschwindet die ja 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 so war das gut und dann sind wir hier wieder auf der erde und durch das update sieht man jetzt auch wie lange der chor braucht um voll zu werden wir sehen wir haben 0,0002 prozent und 1,86 tausend jahre das heißt 1860 jahre ungefähr bei der jetzigen energie einspeise leistung ja moin das heißt um das in um das mal in relation zu setzen ne um den in einem jahr in einem jahr voll zu kriegen bräuchten wir 1860 solcher reaktoren ja gut ne ja gut ähm außerdem haben wir hier unser launch ich weiß gar nicht wieviel in der letzten folge schon gezeigt war hier ist auf jeden fall unser wasserstoff unser rocket fuel und unser sauerstoff aktueller füllstand 11,2 million und hier 11,4 million das liegt daran dass wir hier oxygen in unserem ding haben wenn wir hier drauf gehen zack fertig ne also man kann nämlich seine rüstung hier reinwerfen und dann wird die quasi zu einem raumanzug und das habe ich mit dem space suit beziehungsweise mit dem mit der draconic armor gemacht so das ist unser raumfahrt zentrum da hinten ist der space station assembler und soweit ist das der punkt so jetzt haben wir aber immer noch nicht so eine optimale energieverteilung hier ne also wir haben hier nochmal umgebaut und hier und so und so und das ist noch nicht ganz fertig das ist soweit klar aber wir haben hier noch die ganzen entangloporter und die haben alle keine frequenz das heißt wir müssen uns dafür jetzt ein konzept überlegen wie wir mit dem umgehen dafür hätte ich erstmal gerne ein paar äh lampen ich weiß gar nicht warum ich da hochgehe ja komm nehmen wir das terminal äh und zwar diese lamps äh so können wir da welche machen perfekt sechs stück ist erstmal in ordnung ja doch sechs stück ist erstmal in ordnung der boden gefällt mir ehrlich gesagt noch nicht ganz der passt nicht hier zu dem stil irgendwie und dann haben wir noch hier eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf eine gerade zahl das ist natürlich schlecht 1 2 wie ist das eingestellt 0 ist richtig ok 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 ok das heißt F7 wir haben ja hier noch ein paar dinger nicht perfekt ausgeleuchtet gehabt das machen wir jetzt einfach so und dann ist das ist das gut oder naja irgendwie gefällt mir das nicht es ist nicht es ist nicht symmetrisch mhm alter was haben die für ne für ne stabilität hier ist ja der Wahnsinn so wie wäre es denn wenn wir schauen wir mal jeden zweiten hier so ne Lampe geben ist das zu viel ist das eigentlich zu viel ne aber machen wir das mal ähm Lamp zack 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 glass pane glass pane ähm crafte mal so tausend tausend ist immer ganz gut zu haben so flupp halber stack so weil so geht es halt definitiv auf so zack 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 aber ich glaube das ist zu viel ich glaube jetzt hauen wir einfach noch jeder zweite wieder raus naja geht das mit dem atomic distance das dann vielleicht schneller wenn ich den auf fast stelle vielleicht es dauert aber immer gleich lang was ist denn das für ein block ah ja okay da gibt es kein tool das den gut abbaut außer vielleicht eine wrench ne ist völlig egal was man benutzt okay ist halt so jeden zweiten so aber jeden zweiten ist natürlich hier drüben jetzt wieder suboptimal ne weil es hier nicht genau aufgeht also müssen wir in der mitte doch ein bisschen was anders machen in der mitte dann vielleicht zwei ja das könnte noch akzeptabel sein wobei wäre das vielleicht ja 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 das wäre erstmal so okay ich habe auch überlegt ähm da seid ihr jetzt gefragt ob wir statt dem quarz nicht vielleicht einfach auch das canvas nehmen ne aus dem labor ob wir da nicht auch einfach das canvas aus dem labor nehmen das wäre eine möglichkeit mit der wir dann ein bisschen mehr möglichkeiten noch hätten also könnt ihr gerne mal in die kommentare schreiben was ihr dazu meint ob wir hier besseres canvas nehmen dann können wir nämlich hier auch wieder so ein paar diagonale design elemente oder sowas einbauen ja ja und der boden der ist auch noch so ein bisschen ne gefällt mir jetzt nicht wirklich ähm ich glaube aber generell dass mir factory blöcke hier im boden nicht unbedingt gefallen weil die factory blöcke die sind ja ich weiß es nicht so machen wir erstmal den bereich hier so es ist sogar besser aber ich bin nicht sicher ob das wirklich wirklich gut ist nein ich bin nicht sicher ob das wirklich gut ist vor allem wenn wir später vielleicht canvas benutzen wir könnten auch überlegen ob wir concrete benutzen black concrete probieren wir es einfach mal ich glaube hierfür ist der wirklich besser geeignet noch so der macht uns das leben leichter und dann black concrete und dann unbreakable wand ich glaube das passt einfach besser hier unten zu dem style ich glaube das passt einfach besser hier unten zum style so zack 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 nein 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 kein gold so zack 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 ja auf jeden fall viel besser ist das viel besser in meinen augen ja also ob wir da noch canvas und weitere deko reinmachen überlasse ich jetzt euch erstmal in den kommentaren da bin ich mir nämlich selber gerade nicht ganz sicher eine option wäre es auf jeden fall aber jetzt geht es weiter zum technischen teil und da haben wir aktuell ja nur den aktiv net1 das hat die frage ob wir den anderen namen geben außer net1 net2 und so das ist vielleicht nicht so optimal oder geben wir den konkrete namen oder nicht das ist die frage also die hier werden ja die hier sind aktuell per entangle port angeschlossen ne genau die müssen wir halt dann noch per dingens anschließen per na per kabel hier per cryo kabel mhm aber für gewisse gebäudeteile das me system ist aktuell auch so angeschlossen da wollten wir glaube ich auch was anderes machen ich glaube da wollten wir auch ein kryo kabel benutzen und irgendwie hier so lang führen so und hier kommt dann eine vibrant capacitor bank noch dran als Puffer und dann geht das hier lang Slate ok bin gespannt wo wir gleich raus kommen oh oh praktisch wir kommen perfekt hier drunter raus also noch besser geht es ja kaum oder oh ich habe den elevator block abgebaut oh das ist wirklich perfekt also besser geht es wirklich nicht so von der höhe jetzt aber wir sollten trotzdem vielleicht ein bisschen zubauen so nochmal die slate hier drüber die sieht ganz nett aus ok keine slate mehr dann cobblestone außer da da kommt dann das gute stück hin so und hier jetzt habe ich hier den elevator kaputt gemacht elevator achso achso ne ich habe beide zumindest im momentar oder warte mal hab ich den ender ist hier irgendeiner mit travel ja der hier kann ich doch theoretisch genau einfach hier durch die decke ja perfekt ok soweit so gut mhm black concrete cobblestone so und hier würde ich jetzt aber ganz gerne solange das noch nicht angeschlossen ist geht das ja ein gate bauen ein flachs gate das ein flachs gate das ein draconic core braucht aha und ein poti ok draconic core so flachs gate ne das falsch ne das falsch das falsch wenn ich das drehen ah ja ok so dann low 0 high 999999999 das heißt sobald ein redstone signal da drauf ist ne eigentlich sollte ich es andersrum machen eigentlich sollte ich es invertiert machen 9999999 so und dann ein lever das ist jetzt unser sneaky lever was ist das ich will das was ist das da ich will schauen was ein sneaky lever ist oh lol das ist ein fake hebel oh gott das darf ich joe nicht zeigen nein ich hoffe er guckt die folge nicht self resetting lever 5 sekunden 10 sekunden eine minute 5 minuten lever natura lever natura wie sieht der aus sieht der vielleicht irgendwie cooler aus ne remote lever auch nicht schlecht haben wir nicht iron candle lever oh mein gott oh mein gott man kann so ne na das haben wir nicht na schade also man kann quasi so ne so ne candle machen die dann aber ein heimlicher lever ist was es nicht alles gibt was ist das hier können wir nicht machen oder ne ja dann nehmen wir halt normalen lever ein normaler lever hier hin vielleicht finden wir noch irgendeinen cooleren aber erstmal ne so rein grundsätzlich vielleicht auch mit open computers oder so so nen fetten roten knopf auf dem display aber erstmal tut's so und das ist das ist me system notabschaltung so und sobald wir den aktivieren wird das me system halt abgeschaltet dafür brauchen wir jetzt redstone conduits wir machen es uns einfach das leben redstone conduits dann einmal da und einmal es war zu tief ein einmal da dann sagen wir hier pass auf output redstone signal und input signal red so und jetzt sobald ich hier den hebel ziehe müsste theoretisch das im e system ausgehen power 15 ah lol hä redstone signal low ne warte 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 was hab ich jetzt eingestellt wenn das signal low ist ne genau dann und wenn das signal high ist soll 0 sein ok das heißt jetzt ist an sag mal lass mich verarschen ah ja das ist ja schön ähm redstone signal high 0 low 9 9 9 9 9 9 9 9 ok vielleicht zu viele 9 gemacht ok jetzt ist so eingestellt zack jetzt ist aus zack jetzt ok so ist es ist an redstone redstone äh energie kann laufen so ist aus ok vielleicht habe ich zu viel 9 in 3 ich weiß es nicht aber mehr als 9,9 millionen wird unser me system hoffentlich so schnell nicht brauchen so me system notabschalter so so und jetzt können wir hier eine vibrant capacitor bank nehmen zufälligerweise haben wir ein paar da ähm und die können wir dann da dran machen na der energy acceptor ist ja trotzdem erforderlich so alle seiten irgendwie neutralisieren so wobei da gehen jetzt nur 25.000 f pro tic durch das heißt ich habe eine idee wie wir das machen wir bauen den energy acceptor hier so ein bisschen ein und dann werden wir auch unsere ganzen capacitor banks mal los die keiner haben will so 225.000 finde ich jetzt erstmal nicht so problematisch ne bist du wohl ne ich kann es auch eigentlich hier machen ne output nur eine seite soll hier outputten ansonsten ist es glaube ich nicht so optimal so und dann können wir hier an der unterseite kann man hier überhaupt irgendeine anzeige dran hauen ne ne das geht gar nicht IO 0 machen wir es hier auf die rückseite 225.000 f pro tic ne werden da ja jetzt gerade nicht verbraucht ne kann gar nicht weil das hier gar nicht angeschlossen ist blöd äh wir brauchen ein struct strukt strukt äh strukture duct und dann das ding hier dann machen wir erstmal den deckel drauf und dann machen wir hier die leitung dran ach ja und dann machen wir hier input dann machen wir hier input und irgendwo da an der seite war output ist das eine gute idee wie ich das hier gemacht habe ich weiß ja nicht so im nahhinein bin ich jetzt nicht voll umfänglich begeistert mhm tb bin ich hier reingefallen also egal da bin ich jetzt nicht voll umfänglich warte mal das ist gar nicht erforderlich warte mal dieser energy receptor ist glaube ich gar nicht erforderlich ne so denn äh die ME controller hier die können ja auch Energie umwandeln wir müssen nur deconnecten das heißt wenn wir jetzt ähm Capacitor Bank nehmen vier stück vielleicht nochmal und dann hier weiterhin so einen komischen Stern bauen und dann vielleicht noch eine und dann hier in die Mitte noch ja wobei hier ist ja auch schon Kontakt ne machen wir noch drei dann werden wir die ganzen Dinger hier mal los und haben dann hier unten so einen ja mal ein bisschen anders designten Energy-Gedöns das ist ja eigentlich das schöne an den Blöcken hier dass man da eine beliebige Form bauen kann so gut dann ist hier weiter input und hier die sind alle deaktiviert aber da können wir jetzt quasi die Eckblöcke hier mal aktivieren welcher ist denn das hier der hier so komisch konfiguriert ist warte mal das ist von hier gesehen das ist es der da naja der ist auf input konfiguriert aus irgendeinem Grund ok hm das war das da ist der jetzt auf none disabled disabled ja ok dann lasse ich den auf disabled stellen wir die mal auf disabled die Eckdinger dass nicht zu viele Einspeisepunkte da sind so und rein theoretisch müsste jetzt die gesamte Energie da durchfließen theoretisch hm hm tool oder network da ist es jetzt schauen wir mal Energy usage 20 Kilo F stored power geht runter und wird aber wieder aufgefüllt geht runter wird aber wieder aufgefüllt also theoretisch ist hier kein Problem 5 Kilo F also insgesamt 25.000 F pro Tick laufen da durch naja gut das sollte das sollte kein Problem sein 450.000 könnte dann hat das im E-System jetzt hier unten so eine Energiespitze quasi wodurch die Energie reingeht ist doch gar nicht mal so übel irgendwie ich verstehe nur nicht genau warum der das nicht richtig anzeigt ähm aber von Draconic Evolution kann man so ein Fluxgate auch irgendwie auslesen ne ne so ein so ein Powermeter oder sowas weiß ich nicht kann man das irgendwie überwachen wie viel da durchläuft hm Multimeter ob das bei den Kabeln auch geht wir werden sehen ist zumindest von der Mod hm hm es wird hier auch nicht weniger und es wird hier auch nicht weniger also scheint ja schon irgendwie Energie zu bekommen also wenn ich das jetzt hier abknapsen würde das ist doch ein einfacher Test dann müsste doch theoretisch das Ding hier leer gehen oder das hier leer gehen oder auch nicht ähm ja wieso oh wait kann es sein dürfte eigentlich nicht oder aber kann es sein dass die ganze Energie gerade über einen von den Kollegen hier gezogen wird ne das würde ich ja sehen ne dann würde ich hier irgendeiner eine Menge Energie ziehen hunderte F pro Tick braucht das ganze gerade ne ich dachte mir dass sich hier vielleicht über den Chor und dann über ein Glass Cable oder irgendwie hä hä wo kommt die Energie her das ist weird das ist weird das ist weird und es wird halt auch nicht leer ne also ich schließe jetzt trotzdem mal wieder an aber ich habe absolut keine Ahnung wo die Energie herkommt na gut na gut dann machen wir jetzt einfach e netz 1 einfach ganz billig jetzt zack mit energie input easy next 1 netz 2 Siteconfig, Energy, alles Input. Enetz 3. Kann ich das kopieren? Ah ja. Ok, dann kopiere ich mal nur das hier. Enetz 3. Input. Ok, warum die alle nicht geladen sind, werden wir gleich sehen. So, dann der bekommt auch ein neues. Enetz 4. Und der ist ja sowieso alles Input. Dann Enetz 5. Und alles Input. Dann Enetz 6. Und alles Input. Und Enetz 7. Und alles Input. Das hat jetzt zwei Vorteile, dass wir jetzt so viele haben, für die, die sich fragen, warum. Einmal kann so ein Entangloport, der hat eine maximale Energieübertragungsleistung und die ist ja deutlich, deutlich niedriger als die eines Kryokabels. Deshalb ist es schon mal gar nicht so unwichtig, dass das Kryokabel hier, hm, hier stimmt irgendwas nicht, dass das Kryokabel hier, also bei dem, achso, der hat seine Frequenz nicht übernommen. Das war Enetz 2, ne? Enetz 2. Ja, ich habe hier nicht auf den Haken gedrückt wahrscheinlich, ne? Naja, jetzt hat der auch zwei MRF. Sehr gut. Ähm, also quasi, die können alle zusammen wahrscheinlich immer noch weniger übertragen als ein Kryokabel und, äh, wir können die jetzt individuell auch mit, äh, Redstone steuern. Ähm, glaube ich. Konnte man die nicht irgendwie mit Trits und steuern? Ich glaube, irgendwie geht das. Zur Not können wir dann halt, äh, Gates dahinter platzieren und dann, ähm, das Ganze, äh, steuern. Und somit können wir dann sagen, okay, pass auf, äh, der und der gefällt mir nicht, zack, ausschalten oder so. Hier oben könnten dann überall Lever sein. Und dann sagen wir, okay, wir haben Energieprobleme, wir schalten das aus oder wir haben Leckprobleme, wir schalten das aus, zack, aus. Und so können wir jetzt quasi jedem Bereich der Fabrik eine, äh, eine eigene Frequenz geben oder, oder vielen Bereichen eine eigene Frequenz geben. Ähm, zum Bleistift könnten wir jetzt sagen, okay, die ganzen Geschichten hier, oder wir können, genau, wir können sagen, E-Netz 1 ist immer, ähm, für Testzwecke reserviert. Das ist gut, ist immer für Testzwecke reserviert. Äh, und dann diese Etage hier ist zum Beispiel alles E-Netz 2. Zack. Na, und hier auch. E-Netz 2, Set. Und E-Netz 2, Set. Sind das alle gewesen? Ist ja gar nicht so viel. So, dann haben wir diese ganze Etage zum Beispiel auf E-Netz 2. Ich kann mal kurz schauen, wie es hier drin aussieht. Ach, ich hätte mich einfach reinporten sollen, ne? La, la, la. In unserem wunderschönen Labor. Ähm, irgendwo hier ist auch der Energieanschluss. Hier ist der Wireless Charger. Der nervt mittlerweile nur noch. Da brauchen wir irgendwann vielleicht einen besseren, falls das geht. Äh, Energieprobleme. Nein. Oh, zum Glück hat er nur die, die abgebaut. Oh, der kann auch auf E-Netz 2 theoretisch. Ich wüsste nicht, was da dagegen sprechen soll. Und dann schalten wir den mal aus. Äh, nee, schalten wir den wieder ein. Ah, okay, sehr gut. Und hier ist eh alles komplett zugebaut gewesen, ne? Deshalb. Boah, ey. Boah, wenn ich jetzt auch noch die Schrägen abgerissen hätte, dann wäre das richtig belastend gewesen. So war da zum Glück nichts dramatisches abgerissen. Das hätte schlimmer sein können. So, dann haben wir hier E-Netz 2, bla, bla, bla. Travel. Äh, kann ich mir den eigentlich schnell bauen? Okay. Ich den. Nehme hier kurz die Abkürzung. Ich mache mir vielleicht mal ein Staff of Traveling. So, und jetzt sehen wir vielleicht hier ein paar Partikel vom Core da rein. Vielleicht ist es auch viel zu wenig, als dass es jemals auffallen würde. Das kann sein. Weil aktuell speist der hier noch dieses Steam Turban 1 Netz. Und das wollen wir ja weg haben. Ne, das muss, das ist Schmutz. Das ist Schmutz, das muss weg. So, und jetzt haben wir hier eben das E-Netz 2, über das alles läuft. Es wäre echt schön zu sehen, wie viel Energie da jeweils drüber läuft. Hm. Hm. Energy. Energy. Geht das, kann man das irgendwie messen? Das wäre schon nice. Energy Gorg. Displays Energy Levels of Adjected Blocks. Ja, aber das funktioniert wahrscheinlich nicht so, wie ich das gerne hätte, ne? Electric Steel. Electric Steel. Ich will ja den Energiefluss sehen oder messen. Kann ich vielleicht mit einem Flachstack das irgendwie auslesen oder so? Vielleicht habt ihr da Ideen, wie man das möglicherweise monitoren kann, wie viel Energie da durchballert. Das wäre ganz nice. Wireless Transmission of Energy. Von Cyclic. Okay. Brauchen wir nicht. Wir haben genug. Energy Extraction Cable. Extract Power to Capitual Machines. Energy Collector. Container. Nee, irgendwie so ein Messgerät oder sowas bräuchten wir. Self-Fixture. Was ist das? Was ist das? Keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall. Ich sehe gerade nichts auf Anhieb. Energy Screen Module. Ah ja, okay. Vielleicht sowas. Ah, Energy Screen Module. Maybe. Maybe. Schauen wir mal. Also vielleicht habt ihr eine Idee, was man machen könnte, dass wir hier den Energiefluss irgendwie sehen, also messen und sehen können. Mit den Energy Conduits gibt es natürlich den Monitor, also den kenne ich, bevor er das schreibt, den Power Monitor. Aber der funktioniert ja nur an Conduits. Dementsprechend wären die jetzt nicht unbedingt perfekt dafür geeignet. Gut, Leute. Ich würde sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge oder im Livestream. Macht es gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.